Willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer. Finde die Gulmak-Städte gleich wieder mit Skulldur. Hallöchen. Die sind nur im Wald. Ah, meine Heimat. Was der Wald ist, deine Heimat. Ja, ich bin ein Elf. Ah, achso, das meinst du. Ich dachte, du meinst in Real Life. Ja, da wohne ich auch in einem Warmhaus. Woow, holy moly. Oh, Alter. Achso. Ja. Achso, wenn man mit einem Speer in die Ecke getrunken wird, dann wird das echt zahlen. Ja. Ja, jedes Mal, wenn ich mich zum Gegendrehenden umtöten will, bist du meistens dann schon tot in dem Moment. Aha. So. Sauf mal kurz. LOL, was ist das mit dir? Bleib stehen. Was ist das mit dir? Was ist das mit dir? Oh, mein Gott. Oh, meine Fresse. Ey, das scheiß Kali. Alter, was ist mit dir? Die, oh. Shit. Ich komm gar nicht mehr zu schlagen. Sack, das ist nicht, ey. Die locaß. Ich komm mal. Ey, wo ist sie eigentlich? Das können wir. Uhuhuhuhuhahaha. Ja, wir sind los. Primärmäßig. Das war jetzt hart Ich pikse die alle nur an, ich glaub ich mach gar nicht so viele Kills Ja so wie ich, die ganze Zeit eigentlich Wahrscheinlich macht die KI jetzt alles Ja wahrscheinlich Ui da gehst runde Mönne ich dich da runde? Hier fahre ich Oh, Altert Mich hat's grad so erschrocken Geht's in der O.B. Da muss man ein bisschen auf Anzeichen achten von Elite Durchspiechern Ah ok Oh mich hat's echt gerissen gerade Weil ich hab das gehört, dass ich dreh mich um Und zack, hab's mich gerissen Oh, kann man hier unten? Dann kann man nicht Hey Zwerg komm mal her Ja du musst doch mal her reinkriechen Naja Motherfucker Hey ja genau das meine ich Ich hitze alle anderen und du stichst einmal rein und dann tot Oh ja Du hast noch 2 Begriff Und ja Ah ok Ich hab's noch Oh ich bin in einem Sturm drin Oh mein Gott Loll, wie ich mich jetzt weggehauen habe. Das kommt ja zu mir. Das ist mir getrunken. Ah, da bist du ja scheiß Vieh getroffen. Oh shit, ich glaube, ich brauche echt Hilfe hier draußen. What the fuck? Oh, der sieht ja ganz lustig aus, ja. Ist der Fette tot? Oder lebt der noch? Oh nein. Noch einer. Leckt mich am Arsch. Nein, da geht es nicht lang. Da geht es nicht lang. Mach nach unten. Ist ja in der Höhle. Oh, hier ist was. Heiltrunk. Brauchst du Heilung? Ja, du brauchst Heilung. Heil dich mal hier unten in der Höhle. Na gut. Oh, es wird geschehen. Alter, du bist viel zu schnell mit dem Spiel. Lass dir doch mal ein bisschen Zeit. Das ist ja krass. Du rachst da durch. Du rachst da, komm rund in die Höhle. Ich spring und zack. Dann bleib ich tot. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Nass dir mehr ein bisschen mehr Zeit. Überall die Tränke und sowas. Läufst du dir voll frei. Die ganzen Bomben nimmst du mich mit. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hä, was habe ich jetzt gemacht? Verstehe ich nicht. Kanon, der hat dich irgendwie mitgenommen. Non, 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 non. Naja, fest. Ein Fässchen... Was? Der Astazina hat mich geholfen. Kommt her, kommt nur her. Ja, das ist... gerade ein bisschen... Flutig. Nee, es geht. Hält sich in Grenzen. So... Hm... Deine hat sich wieder weggegeben. Jetzt ist sie wieder da. Ach. Ich wüsste nicht. Ah, da ist so ein Täter. So quer ein Fluss. Down we go. Down we go. Here we go. Kill that sucker! Nooo... Kommen sie her, mein Freund. Was ist das? Hm... Ey, werf runter, werf runter! Hast du mich voll gestresst mit deinem Werf runter. Ich wollte es perfekt werfen und jetzt habe ich das irgendwo ins Nürnungsrobel geschmissen. Ja. Ich wollte damit sagen, werf runter zu den Geg- Ja, wollte ich ja. Aber ich wollte erstmal gucken, wo die Gegner sind. Ich habe keine Gegner gesehen. Das ist mein Problem. Du hast so getan, als gäbe das schon Unmengen an einem Gegner. Da war aber noch keine Sau. Ich habe den Weg mit dem 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 Weg mit Oh, da kommt noch mal wieder ein paar. Piks, 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 Piks. Wow. What the fuck? Was das? Bäh, hier ist das echt weg. Bleib doch mal stehen, du Kack-Ratte, Alter. Du könntest dich mal heilen und hier die Heildränge mitnehmen. Ja, ich jag grad wie Jagd-Ratte oder was auch immer. Oh shit! Lol, da waren viele fette. Ich hätte die... Oh shit! Die hauen alle auf mich ein. Ich bin gleich ganz tot. Die hauen alle auf meine Leiche ein. Hilf mir, töte sie. Ja, ich bin gleich tot. Ganz tot wahrscheinlich. Weil sie alle auf meine Leiche noch einhacken. Oh, der Zwerg, der ist da. Gott sei Dank. Nein, ich bin runtergefallen. Nein! Mann, ich will dieses scheiß Gold haben! Das hat jetzt keiner gesammelt, oder? Dieses Gold. Welches Gold denn? Fick die Henne, Alter. Ja, du bist auch oben. Ja, ich bin oben. Welches Gold? Hier irgendwo, hier liegt noch Gold, glaube ich. Da. Gold? Wo du stehst. Ja, oder irgendwo. Was ist die? Schatz, keine Ahnung. Da war ne Ratte, die ist weggerannt. Die hatte vor allem den fetten Rucksack hinten drauf. Und die hab ich gekillt. Würfel. Der, der hat so nen Würfel dabei. Oh Mann, weißt du. Und ich krieg den Scheiß wieder nicht. Ich mach den Kack und dann krieg ich den nicht. Weil sie mich töten und ich während... Wieso? Den Beutelwürfel kriegt doch jeder. Ehrlich? Ja, haben wir doch vorhin grad gesagt. Ach ja, stimmt. Da war was. In der Hinsicht ist es zum Glück ein Team spielen. Äh? Ich vergesse irgendwie die ganze Zeit die ganzen Strecke herzunehmen. Strecke dran, wenn wir uns nun zurück. Ey, ich nehm die auch nie her. Bei der nächsten Gokuss der Welle nehm ich mal wieder einen. Wo finden wir die alten Ruine? Ähm, hier kommt man gar nicht durch oder was? Ich bin fast abgewogen. Klingt jetzt irgendwie auch nicht, oder? Hä? Ach, muss man auf den Baumstamm gehen? Das kann natürlich auch sein. Ah ja. Klingt lobe. Oh mann. Bin ich runtergefallen. Lol und jetzt? Fuck. Man kann nicht durchschlagen. Ah ok. Jo, Kopfkürze würde ich sagen. Der hat eigentlich diese perfekte OP-Waffe, der von Weißen alle weghaut. Ja, diese scheiß Jägerin. Der trifft aber halt auch über den Kopf ne, dieser scheiß. Scheiß KI hier. Ist das so ein Kotzen, ehrlich? Das erste Spiel wo die KI echt was macht, alter. Die rotzt alles weg. Denk mir, oh den hol ich mir. Zack, tot. Und. Ja, die ganze Zeit, du G'sch. Du G'sch. So ein Monge. Fuck. Alter, die KI nervt. Feinjabkässe. 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 So, erstmal den Trang hinterhauen. Zack, zack. Ja genau, jetzt hab ich den Trang. Es gibt keine mehr, oder? Recht denn, bitte? Schlipp. Krass, ne. Hm? Alles, alles in meinem Bereich? Puh. Ah, okay. Sieht gut aus, ne? Ach, ich vergesse gar nicht meine Spezialfertigkeit dazu. Ach ja, den hätte ich auch, ey, ne. Oh man. Wir sind echt scheiße. Was gibt's denn hier so? Wo geht's lang? Hier, hier ist Munition. Nice. Ich würde einfach mal hier runtergehen. Dala? Hier, lang wo die fucken sind. Hallo, wo läufst du hin? Oh, alter. Lol. Scheißvieh. Verbiss dich. Haha, hab dich. Ich bin schon da. Oh, oh. Oh. Uah. Aha. Okay, da ist wieder aus, dass die nirgendwo. Da, da bist du, du scheißviech. Ah. Ah, hab ihn. Soll ich dich rein schnell? Soll müssen du... Ja. Warte, ich halt... Oh, nicht halt dich. Halt, bleib mal schnell. Hab ich dich jetzt gehalten? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja. Hast du. So. Ja, gut. Soll. Willst du hier? Oh. Richtig lecker. Geiler Scheiß. Bisschen verwirrend im Netz immer. Ja. Ja. Oh, ja. So, erstmal trank wieder. Zack. Oh ja, trank der Geschwindigkeit. Hohohohoho. Der hat's dann. Ja, der macht schon was weg. Du, 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 du. Oh, wieder vorbei. Ja, geht man da jetzt weiter? Ich muss das Geschwüre zerstören. Ah, wat? Hier kann man irgendwie... Oh. Ach so, man muss doch Dinger kaputt machen, alles klar. Ja. Diese Geschwüre da. Oh nein. Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne Maus mit ner Gatling Gun. Ich hab ne Maus mit ner Gatling Gun. Ver... Seh ich. Ich bin hinter ihr. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Hinter dir. Da braucht sie mit Hilfe. Oh ja. Also fünf so Geschüre hab ich schon kaputt gemacht. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Oleg, oleg. Oh nein, wieder eine mit ner Gatling Gun. Oh nein. Nein. Äh, was? Wiederbeleben? Wer? Ach. Die blöde KI. Ah, jetzt mach's so schnell, oder? Ja, lol. Mach ich. Ne, die KI hat's gemacht. Jo, ich halt mich mal kurz. Ja, mach's. Jo, mach's. Huah, Hilfe, 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 Hilfe. Ach, ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau. Ach, jetzt ist auch einmal diese Brücke da alles rein. Ja, die hat sich da hingebeamt, okay. Hm. Hm. Einen Geschwür hab ich auch noch gut gemacht. Das machen wir schon. Das machen wir schon. Na gut, sie werden dann natürlich nicht verletzt. Oh, hinter uns. Oh, ich bin gleich tot, ich muss mich beteiligen. Alter, das war knapp. Ach so, das noch zwei Geschwür. Da ist noch eins. Da ist auch noch eins. Da ist noch eins, ach fuck. Direkt drüber gestanden. Und hier ist noch eins. Loll. Was ist das? Sollen wir wieder rausgehen oder wohin gehts? Ich glaube auch. Erstmal wieder weitergehen. Komm mal hier hoch. Oh, hi. Ja, das war's. Da ist noch ein Spiel, machen wir das. Da hinten ist eins. Oha Gut, da geht's nicht weiter Nö, aber nur ein Geschwürer Ein Geschwürer Du kommst aus den ihren Löchern gekrochen Okay, ich glaub wir müssen doch noch irgendwie mal da rein Ach, da geht's noch eine Treppe hoch Ah, okay Hey, wer ist die ganze Zeit? Ich wollte grad sagen, wer ist die ganze Zeit schon angezeigt? Nee, ich glaub nicht Ah Oh, der hat sich mal runtergefallen Oh, der ist jetzt da hinten versteckt, komm schon Oh shit Wieso bin ich wieder cool? Oh shit Holy shit Holy shit Alter, die hauen ganz schön rein, die Typen, ne? Und wir spielen auf Freakroot Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Nein, kein Gettler Kick, 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 kill Oh, da kommen wieder ein paar Oh, da kommen wieder ein paar Oh shit 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 Hey, wo bist du? Oh, passt schon Ich bin im Weg mit dem langen Laufen, den ich gerade hoch ging. Achso. Ja, ich hab die ganze Kugel gekillt. Alter, mein ganze Kugel schon wackelt ey. Ja. Holy moly, Alter. Sag mal, sag mal. Nein, 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 nein. Wird doch vom k 털. Einfach nur durchsperren, innen betften ich Lionel. Dem Boden mit getaremme füllen. Ach so, ist ein Eis oder? Oh, hinter uns. Oh, wiederbeleben. Na klar. Alter, du hast ganz knapp überlebt, Holy Moly. Holy Moly, ja mein Leben. Falls man es überhaupt noch Leben nennen kann. Zieg. 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 Geil. Sehr gut. Na schön. Hexenfluch musst du. Boah, schön. Kisten. Keine Beutewirffler so ausgefunden, oh man. Das ist geil, jetzt kriegt man nur so scheiß Truhen. Jupp. Schade. Hey doch, ich hab doch Kills gemacht. Sag mal. Das versteh ich nicht. Ich mach so viel mehr Kills als ich. Wandern, das versteh ich nicht. Schau doch, du haust doch genauso in die Mengen wie ich. Krasser Scheiß. Aber da hab ich noch einiges mehr Eliten gekillt. Hä? Einen Fernkampf getötet? Nein, das ist ja wann denn? Hä? Ja, du hast ja so ne Schrotflinde, glaub ich. Das ist richtig hart. Wenn du natürlich da reinpolst. Heftig erfahrne. Ja, deine Fernkampfaffen macht so gut schaden, also. Ja. Ja. Erstmal die Truhne. Das ist ja halt. Öffne. Hm. Amulett, Amulett, Amulett. Ich lege Holzkiste. Ich bekomme gerade nur Amulette und Haltstücke und Schmuckstücke. Voll kacke. Hm. Ach da. Ob ich noch eine Belohnung erhalten? Eine Belohnung. Ich auch. So, jetzt auch kurz öffnen. Ja, was drin ist. Nice. So, ne Armpuff. Mir echt nur Amuletts. Ganze Runde. So. Auf. herein. Kann man irgendwie noch verschrotten oder so? Ja, man kann die einschmelzen. 5, 5, 12, 20 Oh ja, das ist schon besser Ui Nämlich Die gönne ich mir Cool, ich bin jetzt bei 85 Na, mal hin Was ist da? Was ist das? Oh ja Ja Ich bin bei 76 Heldenkraft 85 So, eigentlich hab ich alles gemacht Die Bombenausrüsten noch Die nehm ich eine Nach dem Einschmelzen wart ich glaube ich noch Ja, ich auch Ich war noch nichts eingeschmert Hä? Hä? Ja, wohl, vielleicht diese ganz Billigen Dinger dann mal weg Mach da Mach mich da durch Mach mich da durch I don't miss the marching All the officers This isn't so bad Even with one eye giving the orders Oh, I've known worse than him Might have eased one or two along their way I don't know if you follow Ha, wouldn't have thought you had it in you, Kruber Wo sind hier eigentlich Medi Medi Medizin Ich hab gar nicht aufgepasst Nimm man das Zeug nicht wirklich in die Mission mit Nee, irgendwie nicht, ne? Hab ich auch ein gewisses Gefühl Nee Ich glaub, das nimmt man eh nicht mit Na gut Na gut Ähm, danke fürs Zuschauen Und Bis zur nächsten Folge Bis zur nächsten Folge Bis zur nächsten Folge Tschau Bis zur nächsten Folge Bis zur nächsten Folge Bis zur nächsten Folge